Wir spielen mal wieder Among Us und ich freue mich. Let's go! Hab ich mich verschluckt? Oh mein Gott! Boah! Da hab ich mich verschluckt, da ich kein Impostor bin, ey! Meine Güte! Boah! Okay, ich bin kein Impostor. Schade. Krass, wer geht denn jetzt schon in die Camps? Also wenn das nicht der Impostor ist... Alter, wer geht denn so früh in die Camps? Ich muss rüber, ich muss jetzt abchecken, wer in den Camps ist. Oh mein Gott, bin ich gleich tot? Ey, safe, ich bin gleich tot, oder? Oh mein Gott. Eva hat mich gefunden. Digga. Eva ist manchmal schon gruselig, ne? Eva... Wie kann sie mich denn immer finden? Eva? Okay. Wartet mal. Eva ist schon voll süß, ne? Aber manchmal gruselig. Ich bin kurz... Oh! Boah! Lumi ist tot! Ja, in Lumi ist auch jede Runde tot. Echt? Ja, geil, wir müssen spielen hier. Oh nein! Direkt neben O2 in diesen Gang von Security. Also wir haben gerade Licht gefixt. Da war Eva dabei. Da war Fluffy. Du warst, glaube ich, auch dabei. Und ich bin jetzt einfach den Gang runter, weil ich ein O2 wollte und da liegt die Leiche. Direkt im Gang. Nessi und Eva haben auch so ein Ding wie Dings Imki und Hina, dass sie uns jetzt zusammen rumlaufen. Nessi und Eva, oder wie meinst du das? Ja, zumindest auch, wie geht es schon zwei Runde hintereinander zusammen rum. Ja, ich habe mich gerade total erschrocken wieder. Ich war gerade so, oh mein Gott! Letzte Woche war das genauso. Da sind Nessi und Eva auch immer zusammen rumgelaufen. Ja, das ist genau so ein Ding wie Imki und Hina. Ja, ja, das ist stimmt. Das stimmt, aber wenn ich Eva sehe, dann sagt jemand. Ich war jetzt gerade in Kums. In Kums, das ist klar. Ich habe Ralfi revootet, also. Ich muss hier jetzt noch eine Minute warten und dann ist die Tars auch fertig. Hm, sass. Mhm. Ach stimmt, Zerf und Liga sind zwei verschiedene Personen, sorry. Ja, äh. Und Zerf anscheinend im Atemraum hat er den Diamant ersetzt. Kurze Frage, welche Farbe hatte der? Gibt das schon an? Oh nee, oh nee, bitte. Blau. Der ist nieder. Du bist tot, du bist sowas von tot, ey. Nee. Ich glaube, wir können jetzt nicht wieder jemanden wegen der Diamant-Farbe roten. Okay, egal. Ich würde sagen, wir skippen erstmal. Okidoki. Okay. So, dann fahren wir erstmal nach Panda, wo er war. Bessie, Mann. Oh, das passt mir doch. Weiter geht's. Hm. Keine raus. So. Äh. Erstmal hier rüber. Karte. Swipen. Na. Jawohl. Na, okay. Hm. Wir gehen in Weapons. Weapons. Guckt, Eva rennt mir immer hinterher. Wie Chico. Eva ist mein Chico. Wie süß. Wap, wap, wap. Wap, wap. Wap, wap. Wap, wap. Bup, bup. Aber Eva macht doch hoffentlich ihre Aufgaben, oder? Eva? Du machst hoffentlich... Oh, Eva, kannst du schnell Licht fixen? Du machst hoffentlich deine Aufgaben, oder? Oh mein Gott, Leute, stellt euch vor, ich bin Impostor. Eva erwischt mich sofort. Die erste, die ich kille, ist Eva. Sass. Warten auf Lumi? Wie warten auf Lumi? Ach so, auf den Geist. Oh, ich stehe jetzt, Digga. Au, du scanne. Geil. Oh! Digga. Nina ist schon wieder tot. Warum killt ihr die ganze Zeit Nina? Die hat uns alle eingeladen. War's, Joe. Ja, aber, also... Nina ist im Upload-Bereich. In letzter Runde. Also, wo ich im Impostor war. War... Okay, wo sind die beiden? Wo ist Jack, wo ist Nina? Nina ist im Upload. Ich weiß nicht, ich habe nur gerade eben an Live-Fails gesehen, dass die beiden schon tot waren. Alles klar. Konda, jetzt aber. Wo warst du? In der ersten Runde jetzt, ne? Nee, äh, in der zweiten Runde jetzt. Also, so geil. Aber jetzt gerade. Ja. Da bin ich einmal zum Paten-Zweiten gegangen. Dann habe ich die Temperatur gemacht. Dann... Storage. Jetzt stehe ich gerade in... Warte. Unter O2. Unter O2. Da, wo du den Kanister rausmachst. Oder reinmachst. Hast du da irgendjemanden gesehen? Äh, das letzte Mal, als ich jemanden gesehen habe, war Nessie. Stand in der Mitte von der Map, wo ich gerade aus Storage rausgelaufen bin, wo das Licht ausgemacht wurde. Alles klar. Ich bin nämlich auch gerade in O2. Also, ich bin beim... Ich bin beim Scannen. Und ich musste auf Lumi warten. Auf den Geist, Mann. Ja, ich verrate auch am Admin-Thema. Da waren ganz schön viele Leute in Lab drin. Alles klar. Also, nehmen wir einfach mal einen Panda, war auch in O2. Da haben wir noch... Fünf weiter Verdächtige. Benni. Ähm... Ich war gerade oben in O... Äh... Bei O2. Hab den Download gemacht und bin jetzt gerade unten gekommen und hab den Ablaufgrad machen. Aha, aha. Ha. Oh mein Gott, wen wollten wir? Weiß es nicht. Fluffy! Fluffy! Was war denn so viel vor für Benni? Benni? Und... Ich war mit Nessie ganz gern, okay. Ja, und wir mussten auf Lumi warten. Ey, jo! Ey, jo! Was hab ich denn jetzt gemacht? Oh. Ich fand ich irgendwie sus, tut mir leid. Ach so. Mach, mach, mach. Okay. Ben, das ist gemein, jetzt hab ich Hunger. Ja, Ben, kurze Frage. Hast du diese Pizzataschen schon ausprobiert bei McDonalds? Geht jetzt so Pizzadinger, die sind so geil lecker, ne? Hä? Hä? So Hotpockets oder was? Was? Oh, ne, ist im Ernst, ja, ist im Ernst, ja, was soll das? Digga. Ich geh woanders hin. Okay, ich mach mich gerade aber damit richtig sass, ne? Egal, YOLO. Ich begründe einfach, die zunende Tür hat mich genervt. Fluffy? Oh mein Gott, Eva wieder hier. Digga. Eva. Endlich. Wartet mal. Jetzt müssen wir in O2. Okay, Eva macht ihre Aufgaben. Fluffy. Benny. Wir haben aber schon weite Sicht hier, ne? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ich finde die Sicht schon echt hardcore weit. Aber ist gut. War für ein Poster echt schwer. No, komm, Nessi, du bist immer sass. Ich bin nicht immer sass. Hallo, was soll denn das? Ich bin nicht sass. Bin unschuldig. Jetzt müssen wir in Communications. Niemand tot? Nö. Oh, schwer zu ne Tür. Ich geh oben rum. Da, die Eva ist wieder da. Okay, Eva. Ablood. Oh, ne. Ich unterbreche das nicht. Können die knicken. Lifeline. Lifeline. Wer ist tot? Safi, gehen wir jetzt tot, oder? Ja. Aha. Was habt ihr getan? Äh, ich hab durch Fenster Leute gesehen. Ich wollte gucken, was war. Guten Appetit an denjenigen, der isst. Äh, er liegt vor, hier, vor, vor, vor Licht. Tür war zu und genau da vorne. Also wo die Tür war. Also ich weiß, dieser Rainbow. Weck die Köln, meine Fresse. Rainbow Six. Der Typ war da und schon einfach auf dem Fenster rum hat man nichts gemacht. Ich würde mal auf dem Typ drücken. Fluffy, wo warst du denn? Ich war in Elektrik. Vor dem Fenster hab ich angeschaut. Ah, okay. Also ich hab schon vor dem Fenster, war im Reaktor. Ich hab den Reaktor gemacht. Panda kann das confirm. Den hab ich da gesehen. Bin ich auch nicht gelaufen. Der Typ stand einfach nur rum. Weiß euch, dieser Rainbow-Typ. Fluffy, du hast den nicht. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Fluffy, wo warst du? Ich war tatsächlich bei Benni immer mal wieder in der Nähe, weil der war bei den Camps und ich war direkt bei O2 und sowas. Aber jetzt bin ich beim Lifeline. Und mir ist gerade eben aufgefallen, Benni ist tot. Und dann wurde direkt so reported. Okay, okay. Wer hat den rechten Reaktor gemacht? Ich nicht, ich bin da weggeblieben. Ich hab gedacht, ich werde da gekillt. Links war Fluffy, ne? Jo. Allerdings, wie gesagt, Panda kann das confirm. Ja, du warst es nicht. Der, wer den rechten gemacht hat, der ist halt auch safe. Ich hab zwei Leute durch den Scheiß direkt gekriegt. Ja, es ist dieser Rainbow-Typ. Der war der einzige in der Nähe, ich hab ihn gesehen. Ich kann confirm, dass ich woanders war. Er muss es gewesen sein. Eva hat den rechten Reaktor gemacht. Ich weiß nicht. Wenn du es nicht wisst, kann... Das ist definitiv Rainbow dann. Ich hab zwei halb durchs Fenster gesehen, aber ich hab die Farben nicht gesehen, um den Namen halt anzusehen. Eva, schreib, wir sollen in den Chat schauen. Ich? 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 Achso, ja, sorry. Ich? 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 Oh mein Gott, Nico ist es. Nico. Ey, save Nico. Ich muss mich verstecken! Ich muss mich verstecken! Das war doch bestimmt Nico. Oh mein Gott, Nico, rennst du mir? Nico, rennst du mir? Ich weiß ganz genau, es war Nico. Oh mein Gott, es ist Nico. Es ist Nico. Fluffy, bleib bei mir! Bleib bei mir! Fluffy, du bleibst schön bei mir. Was machen wir jetzt? Wir bleiben bei Fluffy. Okay. Ey, wenn die jetzt uns killen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Hilfe! Oh mein Gott. Warum muss ich alleine da hier hin? Warum muss ich alleine hier hin? Da steht doch bestimmt der Killer. Oh, ich. Nico! Nico wollte mich killen. Leute, Nico wollte mich killen. Ey, Nico, save, oder? Nico, bist du's? Ja. Ich wusste es. Ich bin nämlich, ich bin im Büro stehen geblieben. Aber das war unmöglich jetzt zum Schluss irgendjemand zu killen, weil wir waren alle beieinander. Nico, so langsam wird das hier persönlich zwischen uns, oder? Wir wollen das echt nicht tun. Nicht persönlich, bitte. Wolltest du denn? Das war ich zuerst, echt jetzt. Fluffy, wolltest du uns gerade was zeigen oder was wolltest du machen? Was soll ich machen? Wolltest du uns gerade irgendwas zeigen? Ich sage mal, Ernest, ich glaube, ich will sich zuerst nicht killen, aber... Nico, ich wusste es, dass du mich killen willst. Weißt du, warum? Ich war im Büro, ich hatte, meine, keine Ahnung, ich bin dann nicht direkt losgelaufen und du bist da stehen geblieben. Nein, da wollte ich auch noch nicht. Ich habe da... Nein, 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 du hattest... Ich habe es sabotiert. Ah, okay, gut, siehst du? Oh mein Gott. Ich habe es nicht sabotiert. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.